Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Zwangsvollstreckungsrecht. Im folgenden geht es um die Vollstreckung von Ansprüchen auf Unterlassung oder Duldung. Die relevante gesetzliche Regelung, die wir uns anschauen müssen, ist § 890 ZPO. Wir lesen den ersten Absatz. Zunächst grenzen wir zwischen Dulden und Unterlassen ab. Grundsätzlich ist ein Dulden ein Unterfall des Unterlassens mit Bezug zu einer konkreten Handlung. Wer eine Handlung eines anderen duldet, unterlässt es, diese Handlung abzuwenden. Im Einzelfall kann ein Duldungstitel aber auch dazu verpflichten, eine Handlung vorzunehmen. Wenn ein Mieter zum Beispiel dulden muss, dass seine Vermieterin Reparaturarbeiten in der Wohnung vornimmt, umfasst der Duldungstitel auch die Handlungspflicht, die Handwerker in die Wohnung hineinzulassen. Der sprachlichen Einfachheit halber werde ich im Folgenden ausschließlich von Unterlassungstiteln sprechen. Was ich sage, gilt aber für Unterlassung und Duldung gleichermaßen. Zuständiges Vollstreckungsorgan für Unterlassungstitel ist gemäß 890 Absatz 1 Satz 1 ZPO das Prozessgericht des ersten Rechtszugs. Der Wortlaut des 890 Absatz 1 Satz 1, der den Begriff Verurteilen verwendet, ist unglücklich gewählt, weil das Gericht über die Ordnungsmittel gemäß 891 Satz 1 ZPO durch Beschluss entscheidet. Unterlassungstitel werden dadurch vollstreckt, dass der Schuldner im Falle von Zuwiderhandlungen mit einer Ordnungshaft oder einem Ordnungsgeld belegt wird. Ordnungshaft und Ordnungsgeld haben nicht nur eine Erzwingungs-, sondern auch eine Sanktionsfunktion. Aus diesem strafrechtlichen Charakter der Norm hat das Bundesverfassungsgericht abgeleitet, dass ihre Anordnung einen schuldhaften Verstoß gegen die Unterlassungspflicht voraussetzt. Denn für Strafvorschriften gilt das Schuldprinzip. Lula, Pöna, Sine, Kulpa. Relevant ist deshalb grundsätzlich der strafrechtliche Verschuldensmaßstab, nicht 276 BGB. Verschulden meint Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Schuldners oder eines Vertreters nach 31 BGB. Kinder sind wegen § 19 StGB erst ab 14 Jahren schuldfähig. Verschulden Dritter kann nicht über 278 BGB zugerechnet werden. Das Verschuldenserfordernis ist eine wichtige verfassungsrechtliche Einschränkung des 890 ZPO, die ihr euch merken müsst, weil sie sich nicht aus dem Gesetzestext ergibt. Soweit es zulässig ist, könnt ihr euch als Merkhilfe 15 StGB neben 890 ZPO kommentieren. Für die nächste Voraussetzung lesen wir 890 Absatz 2 ZPO. Anders als das Zwangsmittel bei der Vollstreckung von Ansprüchen auf Vornahme einer unvertretbaren Handlung nach 888 ZPO muss das Ordnungsmittel bei der Vollstreckung von Unterlassungsansprüchen angedroht werden. Wie sich aus dem Wortlaut des 890 Absatz 2 ZPO ergibt, kann die Androhung schon im Titel selbst erfolgen. Wenn der Titel keine Androhung enthält, muss der Gläubiger als erste Vollstreckungsmaßnahme die Androhung beantragen und kann erst danach die Festsetzung eines Ordnungsgeldes oder einer Ordnungshaft beantragen. Vor jeder Vollstreckungsmaßnahme hat der Schuldner gemäß 891 Satz 2 ZPO Anspruch auf rechtliches Gehör. Problematisch kann sein, ob eine bestimmte Handlung von der inhaltlichen Reichweite des Unterlassungstitels erfasst ist. Ordnungshaft oder Ordnungsgeld können nach der Kerntheorie des BGH nur für Handlungen verhängt werden, die vom Kern des Verbots umfasst sind. Wenn der Unterlassungstitel verbietet, eine bestimmte Werbeaussage zu verbreiten, sind davon auch unwesentliche Abwandlungen der Aussage erfasst. Der BGH hat die Verhängung eines Ordnungsgeldes aber in einem Fall abgelehnt, in dem sich der Unterlassungstitel auf die Verbreitung von drei konkreten Bildern eines Fotografen bezog, die Schuldnerin dann aber andere Bilder desselben Fotografen veröffentlicht hatte. Die anderen Bilder waren nicht Gegenstand der Prüfung im Erkenntnisverfahren und deshalb nicht vom Titel erfasst. Noch nicht behandelt haben wir 890 Absatz 3 ZPO. Schaut mal rein. Die Sicherheitsleistung nach 890 Absatz 3 ZPO dient nicht der Erzwingung der Unterlassungspflicht, sondern der Absicherung von Schadensersatzansprüchen wegen Verstößen gegen die Unterlassungspflicht. 890 Absatz 3 ZPO gilt nur für fernere Zuwiderhandlung, setzt also voraus, dass es bereits eine Zuwiderhandlung gab. Nach HM ist zudem erforderlich, dass ein Ordnungsmittel nach Absatz 1 angedroht wurde. Einer vorigen Festsetzung des Ordnungsmittels bedarf es aber nicht. Zum Abschluss eine Wiederholungsfrage. Welcher Rechtsbehelf ist statthaft, wenn gegen die in diesem Video behandelten besonderen Verstreckungsvoraussetzungen verstoßen wird? Auch hier gilt, wegen der Zuständigkeit des Prozessgerichts des ersten Rechtszugs ist nur die sofortige Beschwerde nach 793 ZPO statthaft, nicht die Erinnerung nach 766 ZPO. Fassen wir das Wichtigste zur Vollstreckung von Unterlassungstiteln noch einmal zusammen. Das Prozessgericht erster Instanz entscheidet über die Festsetzung von Ordnungsmitteln durch Beschluss. Dazu prüft es, neben den allgemeinen Verstreckungsvoraussetzungen Titelklausel Zustellung, folgende besondere Verstreckungsvoraussetzungen. Erstens, Verstoß gegen einen Unterlassungstitel. Hier müsst ihr im Zweifelsfall auslegen, was der Kernbereich des Titels ist. Zweitens, Verschulden. Das steht nicht im Wortlaut, ist aber wegen des Schuldprinzips erforderlich. Anwendbar sind hier strafrechtliche Maßstäbe. Drittens, Androhung nach 890 Absatz 2 ZPO. Stadthafter Rechtsbehelf gegen Ordnungsmittelbeschlüsse ist die sofortige Beschwerde nach 793 ZPO. Das war es zur Verstreckung von Unterlassungsansprüchen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017